Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne unsere heutige Ausschusssitzung, die ja auch eine Kontrollsitzung ist. Und deshalb starten wir jetzt mit den aktuellen Fragen, oder mit den mündlichen Fragen besser gesagt. Die erste Frage stellt Kollege Mockel an Herrn Antoniadis zur energetischen Sanierung und Mietpreisregulierung von Mietwohnungen. Und da Herr Antoniadis erkranken ist, wird der Herr Ministerpräsident an seiner Stelle antworten. Herr Mockel. Ja, das neue Energieprämien-System der deutschsprachigen Gemeinschaft sieht quasi keine expliziten Fördermaßnahmen für Mietwohnungen vor. Mieter sind dann in der jetzigen Energiekrise der Preisexplosion und schutzlos ausgeliefert. In der Antwort von Herrn Antoniadis auf meine mündliche Frage im September gab er an, dass er prüfen wolle, wie wir das neue Prämien-System weiter verbessern können, war die Aussage. Inzwischen ist diese Verbesserung und die weitere Entwicklung sieht mehr als dringend. In Frankreich beispielsweise im Rahmen des Klimagesetzes seit August bereits eine Mietpreisdeckelung für Wohnungen mit den niedrigsten Energieeffizienzklassen F und G in Kraft. In der Wallonie hat Minister Horry jetzt den neuen Plan Luft-Klima-Energie vorgestellt. Und der schlägt dann unter anderem vor, dieser Plan, Besitzer von Mietwohnungen zu verpflichten, bei einem neuen Mietverhältnis die Energiebilanz des Mietobjekts zu verbessern, mindestens bis F in 226, bis D in 232, also mit einem gewissen Zeitplan. Gleichzeitig wird vorgesehen, für diese Wohnungen die Mietpreise zu regulieren. Natürlich haben nicht alle Vermieter die gleichen Möglichkeiten in Bezug auf diese geforderten Energiesanierungen. Hier muss manchen Besitzern bestimmt gezielt unter die Arme gegriffen werden, damit am Ende auch ein Mehrwert bei den Mietern ankommt. Da kommt es ja auch schließlich darauf an und die Wohnungen weiterhin dem Markt zur Verfügung stehen. Meine Fragen an Sie angesichts der Entwicklungen auf dem Energiemarkt, aber auch der Entwicklungen in der Mietpolitik, in der Wohnungsbaupolitik anderswo. Meine Fragen an Sie. Erstens, inwieweit fassen Sie ebenfalls ins Auge besonders energieeffiziente Wohnungen, erst eine energetische Sanierung zu verordnen, bevor sie weiter verbietet werden dürfen? Zweitens, ist es in der DG möglich, Mietpreisentwicklungen unter der Bedingung von Energieeffizienzmaßnahmen zu regulieren bzw. zu deckeln? Und drittens, wie weit sind Sie inzwischen mit der Ausarbeitung von gezielten Energiesparmaßnahmen für Mietwohnungen und Mehrfamilienhäuser? Herr Ministerpräsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie werden mir zustimmen, Kollege Mockel, dass eine Verordnung zur energetischen Sanierung unter Strafe der Nichtvermietung ein bedeutender rechtlicher Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit des Privateigentums ist. Ein solcher Einschnitt muss schon aus juristischen Gründen erstens verhältnismäßig, zweitens im öffentlichen Interesse sein und drittens darf der angestrebte Zweck auch nicht mit weniger bedeutenden Einschnitten zu erreichen sein. Insbesondere diese letzte dritte Bedingung ist aus Sicht der Regierung schwer zu erfüllen. Eine solche Verordnung könnte zudem negative Auswirkungen haben. Eine Auswirkung wäre mit Sicherheit die Verringerung der Anzahl Mietwohnungen, was dem bereits angespannten Wohnungsmarkt in Ostbelgien nicht zugute käme. Ausgehend von den Zahlen 2021 sind derzeit 67% des privaten Wohnungsmarktes in unserer Gemeinschaft in den Energielabeln 10 bis F zu finden. Würde man also dem Vorschlag des Ministers Henri folgen, dann müssten 67% aller Wohnungen, wenn denn alle Wohnungen vermietet würden, bis 2033 zunächst saniert werden, bevor sie oder um dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus sind gewisse Wohnungen ohne eine Vollsanierung gar nicht auf dieses Label C zu bringen. Ein kleineres Wohnungsmarktangebot in Ostbelgien wäre nicht nur ein Nachteil für die Wohnungssuchenden, insbesondere jene mit moderatem Einkommen. Es wäre auch ein Nachteil für alle Vermieter aus der Mittelschicht, die mit ihrem mühsam ersparten Geld eine Wohnung als zusätzliche Einnahme oder Altersvorsorge erworben haben. Wir werden als Regierung deshalb weiterhin den Schwerpunkt auf Beratung und Förderung legen, statt Verbote und Strafen auszusprechen. Der Vorschlag des Kollegen Henri wurde übrigens noch gar nicht nach meinem Kenntnisstand von der Wallonischen Regierung angenommen. Rechtlich gesehen, um auf diese Frage zu antworten, ist die Deutsche Bahngemeinschaft seit dem 1. Januar 2020 zuständig für die Mietgesetzgebung und könnte daher Regulierungsmaßnahmen vornehmen. In der Wallonischen Region gibt es in der Tat, wie Sie sagen, gewisse Prämien für Mieter, die aber nach unserem Kenntnisstand bisher kaum in Anspruch genommen wurden. In diesem Zusammenhang stellen sich ja auch viele Fragen. Was geschieht zum Beispiel, wenn der Mieter, der seine Wohnung saniert, diese Wohnung kündigt oder vom Vormieter eine Kündigung erhält? Und auch für Mehrfamilienhäuser in unserer Gemeinschaft können aktuell Energieprämien beantragt werden. Das ist jetzt schon möglich, aber eben nicht für alle. Hier muss unterschieden werden zwischen dem freiwilligen Miteigentum, für das sehr wohl jetzt schon eine Prämie beantragt werden kann, und dem sogenannten Zwangsmiteigentum, für das keine Prämie beantragt werden kann, weil der Besitzer des Gemeinschaftseigentums keine natürliche Person ist. Vielen Dank. Hat der Frageschirr noch eine Wortmeldung vor? Das ist der Fall. Bitte schön. Ja, ich stelle erstens mal fest, dass die Regierung also nicht vorhat, nur irgendetwas zu unternehmen oder zu ändern an ihrem bisherigen Kurs in der Sache. Ich denke, wir sind aber in einer Situation, wo die Leute, die Mieten, die nicht zu der Mittelschicht eben gehören, die noch zusätzlich ein anderes Haus haben, vor einer Situation sind, wo einerseits die Energiepreise steigen und andererseits es sehr wahrscheinlich ist, dass auch die Mieten dementsprechend weiter steigen und das auch vor allem, wenn es Leute mit niedrigem oder mittelniedrigem Einkommen sind und die dann auf einmal manchmal sogar vierstellige Summen im Monat leisten sollen für ihre Energieversorgung, das nicht werden können. Und da muss, denke ich, schon die Regierung eine Wahl treffen. Da, denke ich mal, an der jetzigen Situation sind wir sehr wohl in einer Situation von Verhältnismäßigkeit. Wir sollten auch mal schauen, inwieweit die Zahlen, die Sie genannt haben, auf den Mietmarkt zutreffen. Das ist ja der gesamte Wohnungsbestand, den Sie genannt haben. Da sind natürlich auch die Eigentümer mit drin. Da ist also die Frage, inwieweit denn hier in solchen großen Mengen tatsächlich bis zu einem gewissen Jahr renoviert werden sollte. Und Sie sind ja auch immer dafür, man muss ja nicht alles eins zu eins übernehmen, was in der Wallen-Uns-Region man vorhat. Aber hier habe ich jedenfalls nichts gehört. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen seitens der anderen Fraktionen hier im Hause? Bisher hier im Saal keine und außerhalb auch nicht. Möchte der Herr Ministerpräsident nochmal zu Wort. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich möchte Kollegin Mockel energisch widersprechen, wenn er behauptet, dass die Regierung nicht bereit sei, auch nur irgendetwas zu ändern. Im Klimaschutz haben wir mit dem Klimaplan ein ehrgeiziges Programm aufgelegt mit einer Größenordnung von 181 Millionen Euro. So viel ist noch nie in den Klimaschutz auf unserem Gebiet investiert worden. Alleine für die thematisierten Energieprämien haben wir die Mittel innerhalb weniger Jahre, innerhalb von zweieinhalb Jahren, glaube ich, versechsfacht. Von 500.000 Euro, die die Wallonische Region hier ausgegeben hat, auf drei Millionen Euro pro Jahr, die wir mittlerweile zur Verfügung stellen. Und wenn Sie sich die Antragslage von fast 700 mal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir die meisten energetischen Sanierungsmaßnahmen in privaten Haushalten, in privaten Haushalten zu im Schnitt 70 Prozent finanziert haben. Und ich erwähne dabei gar nicht die Anstrengungen, die wir uns für den nicht kommerziellen Sektor und gemeinnützige Einrichtungen noch vorgenommen haben. Die Mieter möchten wir gern unterstützen. Wir möchten den Mietern helfen und wir erkennen auch, dass sie mit gestiegenen Rechnungen bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht werden. Und wir auch in der Mittelschicht Menschen erleben werden, die nicht in der Lage sein könnten, ihre Energierechnungen zu bezahlen. Die Frage ist nur, welche Instrumente stehen unserer Gemeinschaft zur Verfügung, um den Mietern zu helfen? Ist die Energieprämie da wirklich der richtige Weg? Denn wenn Sie das mal umrechnen auf eine reale Situation, dann werden Sie feststellen, dass über die Energieprämie der Mieter in fremden Eigentum Investitionen tätigen müsste. Das würde dann natürlich, das würde dann mit 70 Prozent Bezuschuss nach dem jetzigen Eigentümersystem. Aber was ist mit den anderen 30 Prozent und was geschieht? Ich habe es eben schon gesagt, in dem Fall, wo der Mieter seine Wohnung irgendwann kündigt und vorab Geld in dieses Eigentum einer anderen Person investiert hat. Und abschließend, Sie sagten eben, man muss die Beschlüsse der Wallonischen Region nicht zu 100 Prozent übernehmen, mag sein. Aber ich erinnere daran, dass der Vorschlag von Minister Henri von der Wallonischen Regierung noch gar nicht beschlossen wurde. Genauso wenig übrigens wie sein Vorschlag, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen auf 100 Kilometer zu begrenzen. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Meldung von Herrn Mockel? Bitte schön. Ich möchte erst mal festhalten, dass viele Vorschläge in dem Plan auch auf Basis der Vorschläge von einer von der gesamten Regierung eingesetzten Expertenriege entstanden sind, inklusive der 100 kmh. Und man hat die erst mal übernommen und müssen diskutieren. Das ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt ist hier und hier ändert sich für Mieter nichts. Sie sind übrigens auch auf dem Holzweg. Es geht nicht darum, dass Mieter in das Vermieter investieren, sondern es geht darum, dass Vermieter in ihr Mietobjekt investieren. Und ein Teil dieser Investition, wo es vor allem eine Energieprämie gibt, dass sich das auch in den Energieverbrauch und in den Mietpreis niederschlägt. Das ist der Weg. Und dazu habe ich heute nichts gehört. Ich habe davon geredet, was man für die Mieter in den nächsten drei Monaten tun möchte. Und Sie antworten mir mit dem Klimaplan, wo vieles überhaupt erst noch angegangen werden muss. So, dann haben wir diese Sache auch geklärt für heute. Und wir kommen zur zweiten Frage. Und die stellt, glaube ich, ebenfalls Herr Mockel, jawohl. Und zwar dann jetzt an den Ministerpräsidenten direkt. Zur Erhöhung des Paremas des Generalsekretärs des Ministeriums der DG sowie zur Entwicklung der Entschädigungen der Mitglieder der Regierung. Herr Mockel. Ja, nach der Ankündigung der Einsparungen bei der Gemeinschaftsverwaltung in den letzten Tagen gaben Sie auch dann im Anschluss im WAF am 12. September ein Interview. Und in dem Gespräch wurde die Erhöhung der Gehaltsbarämen der Fachbereichsleiter, aber auch des Generalsekretärs erwähnt. In der juristischen Datenbank aus WAF sind die Gehaltsbarämen in der jetzigen Fassung des Erlasses, das ist der Basiserlass, vom 17. Dezember 1996 einsehbar. Mit der Ausnahme einiger Barämen, wie ausreichend das des Generalsekretärs, ist aber offensichtlich einfach auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Denn auch im Staatsblatt, das ist ja eigentlich dann die gültige Fassung, enthalten die beiden letzten Änderungen dieses Erlasses nicht die vollständige Barämenauflistung. Und dann auf der anderen Seite die bisher einzige explizite Bestimmung zur Festlegung der Entschädigung der Minister in der DG ist, jedenfalls die auffindbar war, ein Regierungsbeschluss, der am 11. Oktober 2001 gefasst wurde. Und dieser legt fest, dass Gehalt der Minister dann ab dem damals 1. Juli 2001 120% des Gehalts des Generalsekretärs entspricht, entsprechend dann diesem Höchstbarämen 1.12. Dementsprechend hätte ich folgende Frage. Erstens, durch welchen Erlass wurde das Barämen der Stufe 1 inklusive eben des Generalsekretärs Barämen 1.12 zuletzt angepasst? Und zweitens erhöhten sich seit 2019, also diese Legislaturperiode, entweder aufgrund der Erhöhung oder Änderung des Barämas des Generalsekretärs oder aufgrund einer irgendeiner anderen Bestimmung, natürlich abgesehen von den Indexierungen, die Entschäden der Mitglieder der Regierung der Deutschlandgemeinschaft. Herr Ministerpräsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, der Regierungsbeschluss aus dem Jahre 2001 ist immer noch gültig. Und das bedeutet, dass die Minister der Deutschlandgemeinschaft heute noch genau 20% mehr verdienen als der Generalsekretär des Ministeriums mit maximalem Diensthaltung. Wie alle Gehälter hat sich selbstverständlich auch das Gehalt des Generalsekretärs im Laufe der letzten 20 Jahre, also seit 2001, durch Sektorenverhandlungen und Reformen verändert, zuletzt im Jahre 2017. In den letzten 20 Jahren sah die nationale Gehaltsnorm zusätzlich zur automatischen Lohnindexierung eine durchschnittliche Erhöhung der Gehälter in Belgien um 1,2% pro Jahr vor. Das Gehalt des Generalsekretärs ist im selben Zeitraum aber durchschnittlich lediglich um 0,65% pro Jahr gestiegen, also gerade einmal um die Hälfte. Sie haben aber recht, Kollege Mockel, infolge des Verwaltungsaudits hat sich die Regierung im Juli mit den Gewerkschaften auf eine weitere Reform verständigt. Wir werden, Sie wissen das, die Führungsebene des Ministeriums drastisch verschlanken. Im Zuge dieser Reform muss eine neue Gehaltstabelle für den Generalsekretär eingeführt werden und dadurch würden sich die Ministergehälter tatsächlich Ende Oktober erhöhen, wenn wir den Beschluss aus dem Jahre 2001 denn beibehalten. Ich kann Sie aber alle beruhigen, wir werden den Beschluss aus dem Jahre 2001 zur Festlegung der Ministergehälter rechtzeitig abändern. Die Regierung verzichtet auf diese Erhöhung, die Ministergehälter werden durch diese Reform nicht erhöht. Wir werden den Unterschied zwischen dem Gehalt eines Ministers und dem Gehalt des Generalsekretärs vor Ende Oktober entsprechend verringern. Und wie Sie wissen, sind wir gerade dabei, den Haushalt für das kommende Jahr auszuarbeiten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir jede einzelne Haushaltszuweisung durchforsten. Nicht zuletzt, um unsere Zuschüsse an die Seniorenzentren im Jahre 2030 noch einmal erhöhen zu können. 23, ja. In zwei Wochen werde ich diesen Haushalt 2023 bekanntlich vorstellen. Ein Ergebnis dieser Durchforstung nehme ich wegen Ihrer Frage heute schon vorweg. Wir haben beschlossen, die Ministergehälter zu kürzen. Wir verzichten nicht nur, wie ich eben sagte, auf diese Erhöhung. Nein, wir werden die Ministergehälter darüber hinaus real um 8% kürzen. 8%, das entspricht der Summe aller in diesem Jahr bereits erfolgten automatischen Indexierung. Und damit verzichten wir als einzige Berufsgruppe im öffentlichen Dienst und wahrscheinlich darüber hinaus auf die vier Indexierungen, die es in diesem Jahr gegeben hat. Wir kürzen im Zuge unserer aktuellen Sparmaßnahmen keine Gehälter, außer unsere eigenen. Die Minister werden ab dem kommenden Jahr sogar weniger verdienen als der Generalsekretär mit maximalem Dienstalter. Darauf werde ich bei der Haushaltsvorstellung in zwei Wochen gerne eingehen. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Bemerkung oder Rückfrage? Herr Mockel. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Antwort zur Kenntnis. Es war auch wirklich aufgrund einer absolut diffusen Situation, dass ich die Frage auch so gestellt habe. Und ich denke, da ist jetzt Klarheit natürlich reingekommen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt dann auch so geschehen wird, wie Sie das angekündigt haben. Gehe ich noch wirklich mal davon aus. Und wenn ich es also richtig verstanden habe, sind die letzten Anpassungen also auch noch gar nicht erfolgt. Also der Erlass ist noch nicht umgeschrieben worden. Und dementsprechend konnte ich das auch gar nicht finden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht so viel Zeit daran verwandt. Aber es war trotzdem sehr interessant. Vielen Dank. Gibt es weitere Stellungnahmen zu dem Thema hier im Hause oder am Bildschirm? Ich sehe so auf den ersten, auf den zweiten. Herr Balter, Entschuldigung, das war nicht so ganz klar bei mir ersichtlich. Dann hat Herr Balter das Wort. Ja, Sie hören mich, ja. Ja, ich möchte diese Tat, ich stelle es mal Tat, des Ministerpräsidenten begrüßen. Also ich finde das außerordentlich positiv zu hören, was Herr Ministerpräsident da gerade gesagt hat. Auch ich hatte mir ähnliche Fragen dazu gestellt wie Herrn Mockel. Herr Pasch hat ja jetzt diese Punkte aufgeklärt. Und ich finde das wirklich, ich will nicht sagen vorbildlich, aber ich finde es eine gute Tat. Und freuen würde ich mich, er hat das jetzt nochmal gesagt, dass jeder einzelne Haushaltsposten durchforstet wird. Also Ähnliches von Ihnen haben wir ja schon mal gehört. Ich erinnere mich 2019, als Sie schon mal sagten, dass jeder Euro zweimal umgedreht wird. Jetzt sind wir in ganz, ganz anderen Zeiten. Und da würde ich mich doch freuen, wenn Sie dieses durchforsten, dieses Mal auch wirklich seriös nehmen. Wir werden ja sicherlich in den Haushaltsdebatten beziehungsweise in dem Ausschuss, in den Gesprächen zum Haushalt darüber sprechen. Und ich würde auch hoffen, dass Sie das dann genauso seriös nehmen. Und auch da würde ich gerne Ihnen dann auch ein Lob aussprechen. Gibt es weitere Stellungnahmen? Frau Kreutz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir bedanken uns auch für diese Klarheit. Es hat in der Tat für Verwirrung gesorgt. Und wir hatten auch vor, eine Frage zu stellen. Wir hatten auch unsere Recherchen angestellt und waren natürlich auch nicht viel weiter gekommen als Kollege Mockel. Und ich denke mal, mit Ihrer ganz klaren Aussage heute, wir wissen ja alle hier in diesem Hause, dass es ja auch eine Vereinbarung gibt, die dann die Ministergehälter, die Regierungsgehälter an die Entschädigung des Parlamentspräsidenten koppelt. Also wird das in dem Fall, es gibt eine Vereinbarung. Es gibt ganz klare Rechtsgrundlagen. Die Rechtsgrundlagen für die Minister sind die, die wir hier besprochen haben, die für die Bezahlung hier im Hause sind ein eigenes Dekret. Also, dann haben wir noch mehr Klarheit. Vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sie haben aber schon gesprochen. Dann muss jetzt mal zuerst noch, Herr Minister. Er sagt nichts. Dann kann ich Ihnen leider das Wort nicht mehr erteilen. Das ist so in der Geschäftsordnung festgeschrieben. Aber wir werden sicherlich noch genügend Zeit haben, über diese Dinge zu reden. Dann wäre damit auch die Fragestunde beendet. Und wir unterbrechen jetzt diese Sitzung einen kurzen Augenblick und fahren dann mit der nicht öffentlichen Sitzung fort. Dann wäre es noch ein paar Minuten.